Und damit einen wunderbaren Mittwochabend, das Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt Nachholspiel und vor einigen Monaten muss man sagen, als dieses Spiel ursprünglich stattfinden sollte, war der SV Werder Bremen in einer noch verzwickteren Lage und Eintracht Frankfurt hatte mit dem Abstiegskampf quasi nichts mehr zu tun, aber heute besteht für Werder Bremen eine große Chance Nachdem sie aus den letzten drei Spielen sieben Punkte holen konnten, sind sie wieder im Geschäft Eintracht Frankfurt aber verschaffte sich auch Luft im Abstiegskampf mit dem 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg Springt man auf 32 Punkte, Werder Bremen hat sieben weniger, aber da ist eben heute der große Sprung möglich Aber auch das sei dazu erwähnt, wir schauen gleich auf die Aufstellung von Werder Bremen Bittencourt gegen den FC Schalke stark beansprucht, nur auf der Bank sicherheitshalber, der lief halt nicht rund Musste zur Pause runtergenommen werden Pavlenka im Tor, die Viererkette, Friedl, Moisander, Vejkovic und Gebris Selassi, Vejkovic nach Gelbsperre wieder da Klaassen, Vogt und Eggestein im Mittelfeld, Bartels über rechts, Sargent und Rashica füllen diese offensive Dreierreihe aus Bei Eintracht Frankfurt ist Kevin Trapp ohne Frage im Tor, Dreierkette, Hinteregge, Hasebe und Abraham Schändler, Fernandes, Rode über links Kostic, Kamada Gacinovic Vorne als hängende Spitzen oder als offensive Mittelfeldspieler hinter André Silva Werder Bremen wird anstoßen in den grünen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang Der SV Werder Bremen hat hier heute die Pflicht fast zu gewinnen, auch wenn Düsseldorf gegen Bayern nichts mitnehmen konnte Ist es extrem wichtig, heute wieder nachzulegen Aber auch Eintracht Frankfurt, ich hatte es angesprochen, ist noch nicht aus der Verlosung raus Der SV Werder Bremen kommt so langsam in die gegnerische Hälfte Sargent, Klaassen zu Rashica, Friedl mitgekommen, die Flanke auf den zweiten Pfosten Fugt kommt auch ran, wirklich gefährlich wird es nicht in dieser Szene Hasebe verhindert da einen gefährlichen Abschluss Aber immerhin die erste Strafraumaktion, keine optimale Flanke von Friedl und dementsprechend kann sich Trapp den Ball jetzt zum Abstoß bereitlegen Ball kommt postwendend zurück Der SV Werder Bremen wieder im Vorwärtsmarsch Rashica mit der Hacke, das ist zu schön gespielt Jetzt die Kontermöglichkeit Gacinovic, Fernandes zu André Silva Der kommt gut durch, Silva Pavlenka mit der Parade Dann drischt er den Ball raus Gefährliche Szene Das darf sich der SV Werder Bremen nicht zu häufig erlauben Der Abschluss von Silva aber zu schwach Der Ball kommt schon wieder Schändler Fernandes, Gacinovic Nach dem ersten Abschluss von Bremen jetzt Frankfurt Zweimal da und das war direkt gefährlicher Wieder Frankfurt, Kamada Zieht in den Strafraum ein Silva verliert aber den Zweikampf Moisander klärt Den Ball fürs Erste Ins Seiten aus Das ist doch eine ganz interessante Anfangsphase Frankfurt Nicht darauf gepolt Nur hinten drin zu stehen Da hat der FC Schalke 04 Am Samstag bewiesen, dass das gegen den SV Werder Bremen Nicht das probate Mittel ist Auch wenn Werder Bremen im zweiten Durchgang etwas Weniger aktiv war Konnten sie das Ergebnis über die Zeit retten Aber für Schalke geht es auch um nichts mehr in dieser Saison Für Frankfurt ist das hier ein extrem wichtiges Spiel Dementsprechend geht es jetzt auch wieder nach vorne Fernandes Silva wieder Fernandes Kamada der zum zweiten Mal in Folge treffen konnte Eben gerade kurz am Ball gewesen Seine ersten beiden Saisontore extrem wichtig Erst gegen Freiburg So ebnete er den Weg zum 3 zu 3 Und das entscheidende 2 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg Sehr wichtig für Kamada Knapp 20 Minuten jetzt von der Uhr Der SV Werder Bremen kommt momentan hinten nicht gut raus Aber richtig gefährlich wird es nicht Jetzt vielleicht Vogt zu Sargent Kein Abseits Sargent alleine vor Trapp Sargent mit dem 1 zu 0 22. Spielminute Bremen kontert im eigenen Stadion Frankfurt steht zu hoch Und muss den Gegentreffer schlucken Joshua Sargent Von Kevin Vogt geschickt Dann kommt Trapp raus Verkürzt den Winkel Aber dieser Abschluss hier Vom jungen Mittelstürmer Ist Dann nicht mehr Zu halten 22. Spielminute Josh Sargent Die Nummer 19 Schlägt zu Hatte sich nicht unbedingt angedeutet Frankfurt Ließ sich da vorne Fast vielleicht ein bisschen einlullen Bremen sehr passiv Dann schlagen sie einmal zu Der Konter Ist tödlich Und das ist eine ganz neue Herausforderung Jetzt Für Frankfurt Bremen kommt schon wieder Über Finn Bartels Bartels Sargent Zu wenig Aber in dieser Szene Trapp schlägt den Ball schnell nach vorne Wie kann Frankfurt darauf jetzt reagieren Es ist noch mehr als genug Zeit Auch gegen Wolfsburg musste man einen Rückschlag hinnehmen Gegen Freiburg lag man sogar zurück Mit zwei Treffern Aber Das ist hier eben Eine komplett neue Situation Bremen Stand jetzt 28 Punkte Frankfurt 32 4 Nur noch vor Wenn es bei diesem Resultat bleibt Gacinovic verliert den Ball Werder Bremen Kann es aber nicht ausnutzen Weil hinter Egger da Erstmal stabil steht Kostic Schlägt den Ball nach vorne Aber was ist Mit Frankfurt Kommen sie Vor der Pause nochmal Wirklich gefährlich zurück 10 Minuten haben sie dafür Knapp noch Zeit Eggestein Sargent Kann sich durchsetzen Bartels Aber Rode klärt Bremen durchaus Auch etwas aufgerückt Aber Frankfurt braucht ein bisschen Zu lange Um sich da vorne In der Vielzahl Zu sammeln So dass es wieder In die andere Richtung Umschlägt Rashica Zieht in den Strafraum ein Klaassen Kommt aber nicht durch Nochmal Klaassen Rashica Holt den Eckball raus Schändler passt auf Der SV Werder Bremen Macht es gut Lässt sich nicht Mehr hinten reindrängen Nicht nur am verteidigen Veljkovic Da ist Kevin Vogt Und schlägt zum Zweiten Mal zu 39. Minute Ein vorgelegt Ein selbst gemacht Das ist nicht zu glauben Gegen Schalke Früh Am Schienbein Getroffen worden Jetzt steht er hier Goldrichtig Und hält Den Fuß hin Keiner am Zweiten Pfosten Bei Eintracht Frankfurt Und das wird Ihnen hier Zum Verhängnis 39. Spielminute Zwei Tore Führung Für den SV Werder Bremen Und da muss man Tief Tief graben Um rauszufinden Wann man Das letzte Mal Das beim SV Werder Bremen Erlebt hatte Die letzten beiden Siege Freiburg und Schalke Jeweils mit 1 zu 0 Viele Gegner jeweils nicht In der Offensive Jetzt aber Zweifach Erfolgreich Neue Situation Ruhepolster ist das Logischerweise Trotzdem nicht Doch Frankfurt Hat jetzt einige Offene Fragen Zu beantworten Ansonsten könnte es hier Noch bitter werden Und wieder Werder Bremen Gebre Selassie Sargent Zu Bartels Hinter Egger Dazwischen Klärt den Ball Drei Minuten Gibt es oben drauf Nachspielzeit läuft Vielleicht der Anschluss Vor dem Seitenwechsel Philipp Kostic Am Ball Vielleicht mal zu Silva Der steht im Abseits Kostic Oder selber abschließen Nur nicht so Vertändelt da den Ball Und jetzt ist Halbzeit Da war viel mehr drin André Silva beschwert sich Und der SV Werder Bremen Steht richtig gut da Er steht 2 zu 0 Hier haben wir nochmal Vogt Ein Treffer Eine Vorlage So kann man Mal auftreten Wir sind gespannt Ob Frankfurt nochmal zurückkommt Nach 45 Minuten Jedenfalls Steht es 2 zu 0 Zurück im Weserstadion Der SV Werder Bremen Führt mit 2 zu 0 Und Weil ich sagte Nach dem 2 zu 0 Da muss man ja Ewigkeiten kramen So lange ist die letzte 2 zu 0 Führung Noch nicht her Das war am 25. Spieltag Gegen Hertha BSC Am Ende wurde es Nur ein 2 zu 2 Hat man aus Den Fehlern dort gelernt Wir dürfen gespannt sein Frankfurt Ist jetzt gefordert Das 2 zu 2 Würden sie jetzt mit Kusshand nehmen Aber der SV Werder Bremen Macht hier in der Anfangsphase Nicht den Eindruck Ein bisschen vom Gas zu gehen Und das ohne Leonardo Bittencourt Die Gussmann Zu André Silva Der schnelle Anschluss Muss her Silva Kann sich da Nicht durchtanken Veljkovic klärt Und Kostic Jetzt mal in der Zentrale zu finden Das ist auch nicht üblich Sargent Setzt sich hinten ein Überall zu finden Und Schendler Im Abseits Und so trudelt Stück für Stück Diese Partie Dahin Gacinovic geht Bas Dost kommt Gacinovic nicht sonderlich Auffällig Vielleicht Mit Silva und Dost In der Doppelspitze Doch bislang Ist der SV Werder Bremen Sehr sattelfest Was die Defensive angeht Da gab es in der Anfangsphase Zwei Möglichkeiten Für Frankfurt Mehr aber tatsächlich auch nicht Nach dem 1 zu 0 Der SV Werder Bremen Nicht drückend überlegen Aber schon die bessere Mannschaft Der nächste Angriff Rollt über Rashica Hasebe Hinterher Nicht der Sprintstärkste Diese Flanke Etwas zu weit Aber Gebris Selassie und Bartels Machen das Beste draus Kevin Trapp Bartels Nicht so auffällig Bis dato aber jetzt mal In Erscheinung getreten Auf beiden Seiten Jetzt ein Wechsel getätigt Word Dan Vajkovic Das 3 zu 0 Liegt hier in der Luft Wäre hier durchaus Darstellbar gewesen Von Vajkovic Der aber Knapp verzieht Und als Innenverteidiger Eben kein Goalgetter ist Dem unterlief hier Auf diesem Tor Ein unglaubliches Eigentor Gegen Mainz 05 Bei der 0 zu 5 Heimpleite Aber Da wirkt Bremen So als hätten sie Diese Phase Erstmal Überwunden Der weite Schlag Hier Deutliches Abseits Von Silva Setz sich zu früh ab Moisander und Vajkovic Rücken raus Und das muss man sich auch Vorstellen Werder Bremen Lange Zeit In der Liga Die schlechteste Verteidigung gestellt Da hat Der erste FSV Mainz 05 Die Gnade gehabt Von Leipzig Allein in der Saison 13 Gegentore zu bekommen Das heißt Mainz ist jetzt noch Schwächer Aber Gegen Gladbach Zu 0 Gegen Freiburg Zu 0 Gegen Schalke Zu 0 Silva Aktuell gegen Frankfurt Auch noch zu 0 Aber das wird hier Gerade möglicherweise Nochmal etwas In Frage gestellt Schöne Parade Von Pavlenka Und jetzt kommt auch Bittencourt rein Eckball Kostic Kopfball Moisander Dazwischen Dost nochmal Aber zu wenig Da ärgert er sich Aber Den hätte er vielleicht Nochmal ablegen müssen So wie er mit dem Kopf Auch das 2 zu 1 Für Kamada Ermöglichte Frankfurt will es jetzt Aber noch einmal wissen Zwei Tore haben sie Aufzuholen Silva Der Gußmann Bremen Sehr tief Hinten drin Wo ist die Lücke Der Gußmann Findet sie nicht Kostic Flank Frankfurt Wirkt nicht so richtig Geordnet Großes Loch Im Mittelfeld Vorne stehen Drei Fest Und dann Der Rest Hier hinten drin Jetzt hat man das Zentrum Wieder besetzen können Eine Viertelstunde Noch schaffen Man muss jetzt auch nicht Alles negativ reden Der SV Werder Bremen Macht auch eine Sehr gute Zeigt eine sehr gute Leistung Macht einen sehr guten Eindruck Schwebt auch auf den 7 Punkten aus den Letzten 3 Spielen Klar Aber Frankfurt Hatte eben auch Den einen Sieg Schwacher Pass Von Coa So kommt man da nicht Durch Dafür macht es der SV Werder Bremen aktuell Deutlich zu gut In der Defensive Klaassen Klaassen setzt sich da Gegen Abraham durch Wird dann aber im Endeffekt Zu wenig draus Trotzdem Wir sind schon in der Schlussphase Die Einwechslung von Bastost Ist verpufft Bei der Eintracht Es sieht alles Sehr gut aus Für den SV Werder Bremen Kostic dazwischen Den Einsatz Kann man ihn Auf keinen Fall Absprechen Doch spielerisch War heute Irgendwie der Wurm Drin Dann auskontern Lassen Den zweiten Treffer Per Standardsituation So schnell Kann es dann Funktionieren Zwei Minuten Nachspielzeit Das Wird vermutlich Nichts mehr Für die Eintracht Der Großmann Jetzt zwar dazwischen Abseits Finn Bartels Gibt nochmal Ein Wechsel Groß kommt Für Friedel Taktischer Natur Friedel Eher links orientiert Groß In der Innenverteidigung Den ein oder anderen Kopfball Wird da möglicherweise Noch setzen müssen Oder auch Nicht Denn die Partie Ist Vorbei Der SV Werder Bremen Atmet Noch einmal durch Zehn Punkte Aus den letzten Vier Spielen Kevin Vogt Legt erst Ein auf Für Sargent Macht dann Das 2 zu 0 Für Frankfurt Ist das nicht Der Weltuntergang Trotzdem Hätte man Zumindest gerne Einen Punkt Mitgenommen Dafür Dafür Haben sie aber Vor dem Tor Zu selten Aktiv Zu selten Gefährlich Und so Verliert man Dann dieses Duell Nicht unverdient Mit 2 zu 0 Das soll es Von hier oben Gewesen sein Wunderschönen Abend Und bleiben sie Am Ball Und bleiben sie am Ball